Jetzt geht es darum, einen entscheidenden Winkel zu haben, um über das Ziel zu ziehen. Genau. Ein bisschen weit. Weil er nämlich jetzt ein Problem haben wird mit der 8. Dann wird es jetzt auch über 3 Banden gehen. Einmal die Pause harten und 5. Langebande kurz über die Langebande. Und die 8 ins Ersteckung. 1, 2, 3, passt. Nein, passt nicht. Man darf ja wohl noch hoffen. 3 zu 2 nur noch.